da trinken heute riko weihnachtsbier weihnachtsbier genau das weihnachtsbier von mönchshof hat von uns schon dreimal gold gekriegt weihnachtsbier ich stelle mir vor ich bin auf dem weihnachtsmarkt, fröhliche weihnachten, alles schön, alles leuchtet, das fanta ist auch drauf, wie hattest du ja das bier hinten im rucksack drin das siehst du nicht weil du schlechte ohren hast, musst du dir halt auch mal die brille aufsetzen exklusives festbier, also ich finde es cool 5,6 volt hat direkt mal ein bisschen mehr ja, also von der optik her sieht es wirklich gut aus also Thema vorgetroffen, so stelle ich mir das vor ja, absolut während die weihnachten, jetzt auf die fröhlichen weihnachten der zieht sich das war wahrscheinlich noch ein Jungfröhliche das ist das erste mal, die Flasche wird wahrscheinlich das erste mal benutzt oh, sieht gut aus Prost Prost, Weihnachten auf santa und auf dem mönchshof natürlich so schmeckt Weihnachten naja ich hab ein bisschen die Zimt geholt oder was nein, naja ein bisschen Vanille noch, ja hat natürlich keiner Bock drauf, ein Bier mit Zimtgeschmack oder so, das ist ja klar ich krieg die langsam verhöhten Korn, die füllen gar nicht du, das ist, weil ich diesmal das Bier geholt habe so sieht es nämlich aus aber ich sag dir manchmal, dass es auf jeden Fall ein Festbier sein sollte das ist halt, äh, für alle macht, kann man so sagen ja, ist halt, ja, mild und nicht so gut zerschnitt ja, ist halt, äh, nicht so süffig und uwe, oder was? wie ein Goldbier von Mönchshof Mönchshof hat es echt drauf, ja schönen Grüße nochmal, ja, wunderbar, macht bitte weiter so 1a ihr habt auf jeden Fall neue Fans also, Mönchshof, etwa Vorhaben, das Bier von unterlicher Qualität bewahrt es gut und schützt es vor bierige Belieben welchen Essen habt diesen hervorragenden Hocken-Tank fürstet, ja liebe Mönche, ihr habt's auf das vierte Goldbier jetzt, von Mönchshof Wahnsinn wird mal als nächstes, vielleicht kommt ja der Weihnachtsmann als nächstes ja, werden wir sehen also wir haben ihn, wir haben den Weihnachtsmann geschrieben, vielleicht kommt er ja ja, vielleicht bringt er ja was zu trinken mit naja, wir werden sehen und bis dahin merken, teilen, abonnieren schreibt noch in die Kommentare was ist denn euer Lieblingsbier zu Weihnachten oder generell für dieses Jahr euer liebstes Bier genau ja, da liebstes Bier, den testen wir nicht mal genau schreibt es mal rein, wir testen es mal, mal sehen bis demnächst 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 Bis zum nächsten Mal.